Herzlich Willkommen auf dem Kanal für Sport und Gesundheit. Jetzt wird es hier mal so richtig cool mit BioFrees, dem Kühlgegen den Profis vertrauen. Das möchte ich dir jetzt vorstellen und verrate dir anschließend meine Lieblingsanwendung mit BioFrees, mit der ich etwas schmerzfreier durchs Leben gehe. Wenn du nach dem Training, nach langem Sitzen, Stehen oder Laufen, auch oft Gelenk- oder Muskelschmerzen hast, sorgt die Kühlung von BioFrees für sofortige Linderung des Schmerzes. BioFrees besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, wie Kampfer, Menthol und Kräuterextrakten. Es ist fettfrei, frei von Wachsen und Ölen und sorgt nicht für Flecken auf der Bekleidung. Nach dem Auftragen zieht es sofort in die Haut ein. BioFrees ist erhältlich in einer praktischen 110 Gramm Tube, in einem 82 Gramm Roll-On für unterwegs und in drei verschiedenen großen Pumpflaschen. Kühlung sorgt nachweislich für Schmerzlinderung. Dabei ist BioFrees eine echte Alternative zu Eis und wird angewendet bei Verstauchungen, Zerrungen, Muskelkater und sorgt auch für eine Bewegungserleichterung bei Arthrose. Du kannst es vor, während und nach dem Sport benutzen. Außerdem hilft es dir schneller bei der Regeneration. BioFrees gehört damit in jede Sporttasche, in jede Handtasche und in jeden Wanderrucksack. Weltweit vertrauen Millionen zufriedene Anwender BioFrees, der Kryotherapie to go. Ideal nach dem Laufen, ein Muss für meine Sporttasche. BioFrees ist für mich die ideale Unterstützung nach dem Training. Es kühlt angenehm meine Muskulatur und hilft mir effektiv gegen den Muskelkater. So bin ich schneller wieder fit für das nächste Training. Wenn mich nach dem Tennis meine Knie an ihr Alter erinnern, BioFrees kühlt schnell und einfach und der Schmerz ist weg. Probiere auch du BioFrees. Wenn du bereits Erfahrungen gesammelt hast, schreib uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über dein Feedback. Abonniere bitte unseren YouTube-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, wenn es um Sport und Gesundheit geht. Alle Informationen zu den Produkten zur Erhältlichkeit von BioFrees findest du unter eingeblendetem Link. Und jetzt noch mein Tipp. An Tagen, an denen ich viel gelaufen oder gestanden bin, trage ich mir abends BioFrees auf im Bereich der Waden und Füße. Das ist zwar etwas frisch, aber das Gefühl finde ich einfach unschlagbar. Wenn du das auch probieren möchtest, dann bestelle jetzt dein kostenloses BioFrees-Muster unter info.at.arzt.eu. Eine schmerzfreie Zeit, dein Felix.